Schlüsselstelle 1 ist für mich eigentlich die Startkurve, also unmittelbar nach dem Start, die sehr entscheidend ist für die nächsten 40 Sekunden eigentlich bis zur ersten Zwischenzeit, dass sie den Speed dort mitnehmen. Das ist zum einen, wenn sie vom Start runter kommen, das ist leicht nach links, dass sie da schon mal nicht so weit nach links fahren, relativ frech gerade reinfahren in die Doppelrechtskurve zur Netz und da ist die Schwierigkeit einfach, dass sie die Geduld haben, dass sie da warten und dann im letzten Drittel wirklich den Schwung Anziehung und den Speed dann mitnehmen für die nächste Passage, wo es eigentlich ziemlich gerad dahin geht und schwierig ist, Zeit zu holen dann. Sicher die Anfahrt zum Hundschopf und dann mit der Minchkante. Anfahrtshutschopf ist einfach kein Anhaltspunkt, du musst dich eigentlich blind ansetzen und schauen, dass du den Schwung mitnimmst zum Hundschopf und dann geht es runter, sicherlich auch eine Mutstelle zur Minchkante hin, dass man da auch nicht zu weit wird, dass man frech hinfährt, gut mitgeht und den Gegenhang da auch ein bisschen geduldig reinfährt und dann den Speed in den Canadian Corner mitnimmt. Die dritte Schlüsselstelle ist sicherlich das kleine S, wo du mit über 100 km h hinkommst und dann eigentlich eine Schikane hast, wo du im Prinzip brauchst du kein Tor nicht, weil du kannst eigentlich nur um das Gehände einfach herumzufahren und möglichst den Speed mitnehmen für das lange Dreienland. Die vierte Schlüsselstelle ist lange Dreien, würde ich sagen, ist im Fernsehen meistens nicht zu sehen. Wo sehr viel Zeit drinnen liegt, muss man sehr konsequent und frech durchfahren und auch die Kurvenform im Haneb-Schuss den Speed gut mitnehmen. Ziel S ist eine Schlüsselstelle für die Kondition eigentlich. Ich sage, wenn man da frisch hinfährt, ist das für die Jungs eigentlich kein Problem. Aber nach knapp zwei Minuten dreißig braucht es natürlich unheimlich Power noch einmal, dass ich das Gerät auch hindrücken und den Speed ins Ziel mitnehmen noch einmal. also im Haneb-Schuss